Wahrscheinlich spürst du auch, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Aber die aktuellen Probleme wirst du nicht mit dem Bewusstsein lösen, wo du gerade drin stehst. Dafür musst du dein Bewusstsein erhöhen. Und dafür hat der Klaus Stephan hier einen großartigen Frequenzerhöhungskongress sozusagen hier ins Leben gerufen und ich durfte hier sprechen. Und wenn du dir dieses Interview anhörst, wird es dein Leben verändern. Wenn du offen bist, dein Herz hat veröffnet, wird es dein Leben verändern. Und es wird dir dabei helfen, Wohlstand in dein Leben zu ziehen und es wird dir dabei helfen, mehr in die Reichtumsfrequenz einzutoppen. Deswegen lade ich dich hier gerne ein, hier an diesem Kongress teilzunehmen. Hier irgendwo wird ein Link sein, oben, unten, rechts, links, wo auch immer. Nehme daran teil, weil es hat das Potenzial, dein Leben zu verändern und jetzt auszusteigen aus den Zweifeln, aus den Ängsten und jetzt das Leben zu leben, wofür du hergekommen bist. Ich nenne es den Himmel auf Erden. Lebe jetzt deinen Traum. Melde dich zum Kongress an und ja, schau dir das Interview von mir an und auch von den anderen Teilnehmern dort und ich kann dir sagen, das hat das Potenzial, dein Leben zu verändern und jetzt ist deine Zeit dafür reif. Jetzt ist deine Zeit gekommen und jetzt geht es darum, ja, alles auf Erfolg auszurichten und jetzt die richtigen Schritte zu tun, um jetzt den Himmel auf Erden zu leben. Wir freuen uns, wenn du dich anmeldest und dazu kommst. Danke, danke, danke. Gottes Segen für dich und alles Gute.